14? Wie alt ist man denn mit 14? Daikambaluteli, teli, teli Digga, ich hab einen goldenen Pilz Mir wurden drei Bananen geklautzt Ja, das war dann dahinter, Papa, da wurde gebraucht Nein, ich hatte gerade eine Rakete! Batterie ist leer Digga, meine Batterie ist leer Meine Batterie ist leer, 10. Warte, was soll ich noch? Batteries leer? Ich kann jetzt nicht mehr Gute Batterie Digga, wie lade ich jetzt auf? Digga, die Konsole kostet 400 Euro Man kann nicht laden während man spielt Das ist so eine Schmutzkonsole Ich sag dir ehrlich, ich finde die Switch rein von der Konsole her So eine schlechte Konsole Die fühlt sich an wie Plastik Komplett überteuert, Digga, die kostet 330 Euro Wenn du den X-Fan 2-3-Stunden hast, auch für 300 Euro ist so krass Es ist so geisteskrank Eine Playstation 5 kostet 400 Euro Digga, das sind so eine krassen Kinder, ne? Das sind so eine krassen Kinder, die beiden Naja, das ist das Willi Einfach Medi allein da oben Batterie lässt Junge, lach nicht, wir waren gerade allein da unten Ja, stimmt Digga, ich bin der beste Spieler sogar mit einem, Digga Wie kann ich das hin? 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 Ich weiß nicht, wie ich mich schütze mit einem Ding Oh mein Gott Junge, L2 halten Ja, aber nicht mit einem Ding, Junge Weißt du, wie sich das hier für mich anfühlt? Nein, Digga, nein, Mann Man, das reicht doch Man, das reicht doch Sorry, Andy Achtung, Feuer Digga Raub auf den Andy, der mag das doch so gern Bro Gib mir, gib mir irgendwas Henne, hier geblieben? Nee, du Jetzt wird mal hier abgezogen wieder Man Oh mein Gott, Digga Habe ich die losgelassen, Digga? Henne Ach man, ich wollte doch gar nicht loslassen Nein, werdet ihr loslassen? Jetzt hast du mich an uns tun Nein, da Ich war die ganze Zeit erst, so fallen wie ich auch Oh, das ist ein Dinger 3 auf 10 Das war locker Willi Henne, du sollst mal wieder die Mücke machen Digga, Junge Ihr Fotzen, Alter Viele, viele buntes Matis Chat, ich fahr nur mit einem so'n Ding, ne? Nicht wundern Ja, aber dieser Plissi ploppt nicht auf Irgendwie Was? Probt nicht auf? Dieser Discord Hau ab Hau ab Hau ab Boah, Digga, wie gut ich die Rote genommen Oh, Mann Ernest Boah Ich bin so'n Cleaner-Fahrer Ich auch Nee, nicht so laut, sonst gibt's gerade noch mal eine Rote in der Hände Ja, okay Du bist echt gut clean, ey, das ab nach hinten Nee Ja, gut clean Digga, so eine Bodenlose Banane So eine Bodenlose Banane Er legt eine Banane auf die Rampe innen Zwei Stück platziert So eine ekelhafte Banane Nimm mal hier mit den Nimm mal mit den Puppen-Bereichungskampf Geli Hast du dich gehittet? So wird man eine eine, Digga Das ist ekelhaft, wieder Bomben und Banane Eine für den ersten, Digga Guck, die erste Hit hat mich Ach nee Das schmeckt mir Aber die Knechte Noch eine, weil du ein Knecht bist Ich hab Mo grad dreimal abgeworfen, ne Mit meinem Ding Mit meinem Scheißdruck Pain, aber nicht Pain 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 Was steht denn eigentlich hier vorne? Hey, Sten So lustig War das gar nicht Eli Mach hin Pain Pain Wichtig sind Komm mal, ich bin doch auch noch immer auf. Nein! Sechster, Digga. Willi und Fitney so bad. Ey, Eli, was hast du mit mir gemacht? Hast du gesehen, Digga? Ich hab mich einfach dreimal abgeworfen mit dem Ding. Ein ganzer Lobby, diese kleinen roten Reifen einfach. Viele, viele Wunder. Ist reingefahren, oder was? Ja, Sigi. Digga, ich kann mich nicht schützen mit diesen einen Dingen. Ich weiß nicht, wie das hier geht. Doch, kommst du. Digga, ich krieg hier fast Nerven. Ja, Digga. Aua, aua, aua. Kommt da einfach. Das ist alles zu. Wie ist das? Boah. Woher ist die Gesichter? Katz da Henne? Achso. Junge, du hast aber auch jetzt schon mehr abgesehen, Digga. Ja, der Dicke hat angegangen, kann man nicht. Der Dicke hat schon. Die Rakete sitzt noch nicht. Ja, wer ist hier? Diana Jones ist ja auch nicht. Das ist der Bock, Digga. Irgendwas sitzt doch im Kattiv, die Grüne, irgendwas. Dieses oberdeutsche Gesicht von deinem Lied, glaube ich. Digga, mein Gott. Oh, Ernie vor mir, da will ich jetzt gleich wieder schön schießen. Boah, Kai. Hey, Ernie, du Dreck. Mach mal, ich hab drei Uhr. Digga, was bringt das endlich für Boxler Stopp nachzufahren? Oh, jetzt kommt genau. Man, wo? Ernie, 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 Ernie. Was für den Ersten? Nein. Ich hatte Glück. Kai, hat's nicht ne Dings, ne Tröte? Ne, Jonas, der aufgrund hat mich auch schon. Kann ich dir auf mich jetzt. Ey, ich soll nur noch Kabel. So, ey, nee, dich schnapp ich mir jetzt. Ich bin auch im Zweiten. Nein, ich bin der Erster. Ich bin so weit vorne, Digga. Ich bin so weit vorne, Digga. Digga, ich seh nix. Nein, 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 nicht gut. Gib mir Pilz, gib mir Pilz, gib mir Pilz, gib mir Pilz. Ich hab gewonnen, Digga. Hier sind noch Pilze hier. Schmeiß doch schön da hinten. Was ist schön? Nein! 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 Ich bin dritter, Digga. Ey, Digga, ich bin so dumm. Ich bin dumm wie ein Stück Scheiße. Auf, Digga. Ich bin schon drauf, Alter. Ich bin schon ein dummes Stück Scheiße, Alter. Ne, was hast du denn gemacht? Ich hab mit einem Controller sieben Punkte mehr als Paint. Erstmal wieder Regenboulever wählen. Weil Ernie so frem ist. Du hast heute auch Small bekommen, war Ernie? Also beim Taton? Ja. Auch Spoilerton, ich wollte das Video noch gucken. Digga, aber er ist wirklich gut geworden, ne, Tabak? Und ich dachte, wir spielen so offensichtlich. Ich wusste ja nicht, dass der YouTuber das ernster nimmt als irgendwelche Fußball-WM's, ihr Knechtet. Digga, die Schuhe spielen mit Fünferketten, natürlich nehmen die das ernst. Hattest du Spaß? Natürlich nicht. Guck mal an, ich glaub, Tabak hatte Spaß. Aber er ist wirklich gut geworden, ne, Tabak? Ja, aber gegen Smacksteen und Sluge hat er verloren. Also ich weiß, bei dir sieht echt schlecht aus mit der Gruppe. Hat er nicht bei dir gewonnen? Ne, ne, ich hab gewonnen gegen ihn. Hä? Beim Indi-Gallacup letztens? Da hat er auch gegen Ernie gewonnen. Ja? Ich hab 2-1 gewonnen. Ja, aber Digga. Das kannst du nicht. Ich hab gar nicht gesehen. Oh Ernie, warst du das denn wieder gefressen? Ja, das war ich. Nee! Du Scheißgeist, Alter. Das war mir. Oh mein Gott, das ist von 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 mir. Oh Kai auf dem Zehnten, ne? Fühlt sich wohl da mit Eli zusammen. Ah, das ist von allem dran, gell? Und Vardy auf der 1. Digga, wer wird wieder Indiana Jones da hinten, ey? Mann, Payne, lass mich schon ruhig. Vardy macht da hinten, wie das? Ich muss verlaufen, was? Digga, Payne. Guck mal hier, Kai, kein Problem. Fünften ne Tröte, Digga. Hoppa! Hey! Das ist ein guter Sonnenblumenwerfer. Oh. Oh. Oh mein Gott. Und das? Digga, ich war dritter oder so. Da bin ich auf einmal im Zehnten. Nee, Digga, du hast ne Rote und schmeißt sie nach hinten. Ja, natürlich, weil ich dich im Rückspiel gesehen hab. Oh nein, Fahrfehler! Nein! Nein, ich fall runter, wie ein Opfer. Nein. Wer für den Ersten? Noch ne Rote, Digga. Oh komm schon! Ernesto, komm mal, Ernesto, push mal. Mann, Digga, und dann krieg ich genau in der letzten Sekunde so ein verkackten Stern. Jetzt ein Blitz. Komm, Blitz, Blitz, Blitz. Komm, Blitz, wo bist du? Digga, Payne hat mich so ins Loch gestoßen. Nee. Oh, wie dumm. Goldener Pilz. Ach, du bist ein Opfer. Nein, ich fall ziel, Mann! Alter, hast du was denn? Oh mein Gott! Mann, Alter! Ich bin Dritter geworden! Oh, ich kann! Scheiße, Mann! Der hat mich doch noch mal an. E-Gushal! Was soll ich da machen, Chat? Ey, doch! Ey, doch, ey, doch! Ey, doch, ey, doch! 5 Punkte vor Edi, der hat 7 Punkte Vorsprung. Digga, ich fall hier mit einem Controller, du Scheißknecht. Endlich mal gutes Gameplay, nicht wie bei Edi steht immer, Chat. Naja, Digga, weißt du? Also bei mir ist schon wirklich kein Schätze. Ich sag dir ehrlich, wenn ich meine zwei Kontrolle habe, bin ich ein unglausischer Spieler. Geht raus. Digga, Edi, warum wettest du dann gegen mich? Wette man doch gegen Payne, wenn du so gut geworden bist. Mit dir redet hier, Digga, bevor ich deine beiden Lambos zerkratze, Digga. Wenn ich nächstes Mal bei Warnitim bin, nehme ich den Lambos Schlüssel, gehe zu den nächsten Obdachlosen, sag hier, nimm, mach was damit. Dann will ich mal sehen, wie du das machst. Immer große Presse, aber nichts dahinter, Digga. Das würd ich so feiern, Digga, wenn ich irgendjemandem einfach so den Schlüssel gebe. Hier, großer Mamos. Bing-Bong, Eldos und Henne. Henne ist auch gut. Hey! Heli, Junge, du Nutzer. Das war's nochmal. Aber ich wünsche, ich wär's gewesen, Digga. Ich wünsche dir das mal. Digga, Mo fährt so Dogshit, Holyshit. Weißt du, was du rufst? Den Elfdom krieg Münzen! Medis, ne? Was ist das, ne? Medis, Ero. Dann musst du gleich einmal switchen, die beiden am besten. Guck mal, hier, Eldos. Hast du? Switzest du mit Edi? Switzest du mit Edi? Ey, nein! Ey, dass du auch die ganze Zeit auf Tim stehen bleibst, wenn du eh drinst, du Hund, du Hund. Ich wollte dich trotzdem. Gang, 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 gang. Äh, fressen. Ja, ja. Ich will dich noch, ich will dich noch. Das nächste Geschenk ist mir, das weißt du. Einer ist in blau und jetzt dauern. Zu spät. Boah, so big! Boah, die Drift hast du noch gefunden. Boah, die Drift hast du noch gefunden. Ey, ich glaube, ich hol 30-0 Chat, ne, dieses Wochenende. Ist auch richtig gut. Wie viele Habs, wenn Tabak nicht als Pickner kommt? Ich sag, ich hol, hm, naja, es geht ja gar nicht. Ich wollte sagen, mehr Sieger als du runden beim Eligella Cup, aber es geht ja nicht. Ich bin immer im Finale, ich verstehe nicht, was du machst. Ja, Digga, du bist immer im Finale, weil ich irgendjemand einen Carry hat. Egal wie. Was sagst du? Ich fand ich immer im Finale, hä? Elig redet über Carry, weißt du was ich meine? Chitney Booga. Ey, Großer, guck mal, ich hab, ich hab. Er wird ohne Carry nochmal. Du bist auch am Start wegkommen, Digga. Alles gut, guck mal, du musst einfach nur meine Insta-Bio, du hast doch, nee, hast du Twitter? Hast du Twitter? Ja, oder? Einfach mal den Namen eingeben, EliasN97, guck dir mal in der Bio an, Mario Kart Erdings. Müsstet ihr da was sagen, ne? Schade, Vati. Wie viele Wurz du im Solo Cup? Weiß ich nicht, aber ich hab da genauso viele Erdings, glaube ich, wie du mitgebracht. Nee, 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 nee. Ja, da hast du mit Dry Legs geboxt. Nee, aber welcher Platz wurdest du? Weiß ich nicht mehr, aber ich denk, ob du letztendlich 13. wirst, oder? Nee, weil wenn ihr 10er Saft gefettert habt. Ach, das bringt dir nichts. Ich wollte nur wissen, was für ein Platz, aber okay. Mit 10er Saft gefettert, ich muss auch nicht weit, Medi. Saft gefettert? Ja. Eldors, was ist denn jetzt eigentlich mit dir? Die letzte E-Gal-Karten, du musst im Elber schießen verkackt, großer. Du fragst jetzt hier ganz deine Brötchen, Meister. Ja, ja. Guck mal, ich werfe eine ganz ekelhafte Banane. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kai, den hast du dir so verdiebt. Ja, ja, ich hol dich noch. Schön, Eldor. Oh mein Gott. Oh, ich bin, Medi. Komm auf die Map, Medi. Elfter. 18. Elfter. Ey, Ernei-Quarsch. Weil du einfach Quarsch bist. Ah ja, ich hol dich jetzt. Ich bin nicht, ich sehe gar nichts mehr. Oh, ich bin so bad. Ernei-Quarsch hat immer mit, Bro. Ey, Mann, ich habe gerade drei Warn geworfen. Ey, die genießt die Fahrt da vorne. Die wird nicht lang gehen. Ganz kurz mal mit einem Controller. Das würde ich mal so angemerkt haben. Eldors, komm mal ruhig ran, die Quarsch. Ich sehe dich hinter mir. Ich sehe dich, der kann sich nicht so gut. Ich bin noch eine von ersten. Nein, nerv dich. Wenn du das machst, erfüllst du überall. Die war nicht von mir, die war von Hendrik. Ey, geil. Jetzt sag mir deinen Namen, Elie. Mein Name ist Hendrik. Elie? Was bist du für ein Opfer-Pain, Digga? Du hörst dich an. Schmeckt richtig, Digga. Ich wurde zwar auch noch gefickt. Bro. Kommt es? Ey, wer war das? Sensation. Sensation. Wer hat die Rote geworfen? Nein, 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 nein. Digga, wo warst du die Tröte, du Hund? Ja, immer noch Erster. Ja. Aber ich wurde auch... Wow, was? Fünfter? Oh, ich hab... Gebeck die Runde. Fünfter? Oh, Wadim da unten auf dem Elften. Digga, Wadim da unten auf dem Elften. Digga, Wadim da unten auf dem Elften. Wadim da unten auf dem Elften. Wadim ist heute ein Rote geworfener Mann. Ich hab mir geworfen geworfen. Ich hab mir geworfen geworfen. Ich hab zwei Runden weniger als Wadim. Ich bin vor dem Elf. Ich seh grad, ich guck grad bei diesem Monte Cup. Du bist ja Elfter geworden. Seit ich hab 10 Subs geworfen. Weil ich hab mit dir gewettet, dass du nicht Top 9 wirst. Guck mal, vergleich mal die Earnings von Ding. Oh. Digga, Eidos. Keiner redet dich doch mit. Eidos, ich rede mit dir. Wie geht's dir, Eidos? Denkst du, weil du geworfen kannst, kannst du machen, was du willst? Wie geht's dir, Eidos? Alles gut bei dir? Lass uns reden. Nein? Alles gut bei dir, Eidos? Alles gut bei dir, Eidos? Lass dir nichts sagen, Großer. Das sind halt gebrochene Seelen.